Diesen Hyundai sollten Sie sich unbedingt anschauen. Mit dem Benzinmotor und dem manuellen 6-Gang-Getriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Das beheizbare Lenkrad ist eine Option, die extra Komfort bietet während der kalten Tage. Auf der umfangreichen Zubehörliste stehen auch eine Alarmanlage, getöntes Glas und Stoßstangen in Karosseriefarbe. Möchten Sie dieses Auto selbst erleben? Dann klicken Sie hier, um einen unserer Mitarbeiter zu kontaktieren.